Öffnen Sie den Klettverschluss der Hülle und stellen Sie sie mit der Öffnung nach oben hin. Schieben Sie nun den Blitz von oben in die Hülle und schließen Sie den Klettverschluss. Ziehen Sie die Hülle nun so zurecht, sodass der Kabelanschluss und die Kugel zu den Öffnungen passen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017